What's going on right now? Servus, hallo, grüßt euch, hier ist der Olli und jetzt habt ihr nochmal einen Abschlussblick auf die Skyline von New York City, hier unten in der Financial District. Hier drüben da ein Tribeca, da wird es ein bisschen flacher. Wunderschöne Wohngegend, teuer, aber schön. Dann kommt hier die Lüftungsanlage von dem Holland Tunnel und Way. Ihr habt einen mega Blick. Und wer genau drauf wartet, sieht sogar den Ball am Times Square. Kein Scherz, war super schön mit euch. Mach's ganz gut, ciao und ciao, sagt Olli, pfitti.